Hallo Willi, guten Tag hat er gesagt. Ich bin schon mal zum Schiff zurück, weil wir wollen nach Kobo. Ich glaube, wir haben hier jetzt weiter nichts zu tun. Gucken wir uns nochmal um. Ne, einfach nur das Schiff rein und ab nach Kobo. Und dann machen wir natürlich auch. Ich hoffe, der hat jetzt sicher nichts mehr. Da bist du ja. Die Mentes ist in perfektem Zustand und startbereit. Also, wohin geht's? Zurück nach Kobo. Wir brauchen einen speziellen Kompass zur Navigation durch den Abyss. Ein Kompass? Okay, klar doch. Was immer du sagst, Kleiner. Oh, und Maren kommt auch mit. Moment, was? Maren kommt mit uns? Warum sagst du das erst jetzt? Ich hätte sauber machen können. Na, großartig. Hm, okay. So wichtig? Na, was? Ähm, ich glaube, hier können wir gar nicht viel machen. Das Sprechern brauchen wir eigentlich auch nicht, weil wir sind ja davor. Ähm, ja, da geht's eigentlich los, ne? Nur ihn zum Quatschen? Das Bote? Nur auch nicht. Na, benutzen wir den. Navigier uns mal. Jetzt wo Maren bei uns ist, geht's zurück nach Coruscant, Kumpel. Wie ist Coruscant? Nach Kobo? Ja. Kurs auf Kobo. Die Mentes hat sich verändert. Oh ja, Cal und Bote sind keine gute Putzkolonne. Ich habe heute Morgen geputzt. Warte, habe ich das? Nein, habe ich nicht. Meine Schatz. Maren, ich wusste nicht, dass du kommst. Vielleicht mache ich uns scarce Steaks. Warum bist du wieder mitgekommen? Siren, ich denke, dass Tannelor eine Zuflucht für vom Imperium Verfolgte sein sollte. Vom Imperium Verfolgt, was? Langsam wird's voll hier. Ach, geht noch. Wir haben genug Platz hier. Guck mal, hier ist noch Platz, da ist Platz, da hinten ist Platz. Überall ist Platz hier. Wir landen gleich. Komm hier rauf. Willkommen auf Kobo. Cal, Cal, zum Glück bist du zurück. Hier war was los. Einfach furchtbar. Ist irgendwas passiert? Die Raiders besuchten uns wieder. Ihnen gefiel der neue Droide. Sie. Weggeschnappt. Sie haben sie mitgenommen. Das war ein Droid-Cnapping. Ich hoffe, mein Salon steht noch, Turgel. Ich wette, das ist alles deine Schuld. Ich bin unschuldig, Meister Grease, ganz ehrlich. Es war Dagen. Er will nach Tannelor. Mit sie hat es wohl mehr auf sich, als wir dachten. Vielleicht versteckt in ihren Speicherbänken. Lassen Sie rappen. Er wird sie verschrotten, sobald er hat, was er will. Es wird nicht leicht, sie zurückzuholen. Die Raider-Basis ist im Sumpf. Sie haben ein altes Luca-Hulk-Kampfschiff aus den Klonkriegen. Schon gesehen. Es hat sehr viel Feuerkraft. Genau wie wir. Sie hat recht. Zeit, dass wir loslegen. Na, das hört sich doch toll an. Sie haben, was sie wollten. Jetzt sind sie in ihrer Festung und fühlen sich sicher. Sie werden es nicht erwarten? Vielleicht nicht. Aber liegst du falsch. Werden sie Rache wollen? Keine Sorge. Ich bleib hier und sehe nach Grease und den anderen. Ganz sicher? Ihr zwei schafft das schon. Lass sie nur nicht ohne Aufsicht schwimmen. Sag, wenn du Hilfe brauchst. Schön rachst. Ich bin Mosey. Maren. Na dann. Ich späh voraus. Wir sehen uns. Na klar. Und warum kann ich da nicht bei Grease bleiben und Kaffee schlürfen? Weil das nun mal so ist, ne? Okay. Alles klar. Jetzt sind wir wieder hier. Neue Charaktere. Wir haben oben den Garten eigentlich frei. Können wir hier einfach mal gucken. Da bist du ja, ne? Wir haben ordentlich angefangen. Darauf sollten wir aufbauen. Dank deiner Kultivierung konnte ich unseren Garten vergrößern. Hi, Pili. Bis jetzt war Kobo sehr freundlich zu mir. Und die Energie dieses Dachs hat mich förmlich angezogen. Du spürst eine Verbindung zu diesem Garten. Ja. Wir werden einander beim Wachsen helfen. Sieht aus, als hättest du bereits begonnen. Die Ranken? Ja, sie sind über Nacht gewachsen. Aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Wenn du neue Samen pflanzt, werde ich dir alles darüber erzählen. Aber, wie gesunde Wurzeln solltest du darauf achten, dass es genug Platz gibt. Zieh die Pflanzen groß, die wir haben. Und ich sorge rechtzeitig für mehr Platz. Alles klar. Aber welche... Ah, da. Und das sollten wir natürlich dann uns mal auch angucken, weil wir wollen natürlich... Was heißt denn Platz? Hier. Ah, okay. Der Garten hat sicher Platz für einige der neuen Samen, die ich gefunden habe. Du musst diesen Garten wirklich schön machen. Und wir haben eine neue Pflanzenart. Ob Pili etwas zu ihr sagen kann? Er will gar nicht jetzt so viel sagen lassen hier. Ihr kann es ungestört wachsen. Ah! Hier haben wir... Hier nochmal. 2 und 3. Mittleres Beet. Großes Beet. Guck mal, hier haben wir ganz viele. Boah, du brauchst ein bisschen mehr Platz, ne? Aber nicht so viel Platz. Die Stelle hier sieht gut aus. Ja. Guck mal, hier hätten wir auch noch F. Irgendwas anderes machen können. Gut. Du pflanzt es hier. Ich gucke mir mal die Ranke an. Da werden wir ja irgendwas kriegen, ne? Oh je. Den können wir runter. Und hier haben wir so ein Teil, ne? Ach, sehen wir uns das mal an. Ich hoffe nichts mit Kämpfen und so. Springen und sowas, das würde ja noch gehen. Aber kämpfen... Ja, okay. Ich siege alle Gegner mit dem Doppelklingen-Kampfstil. Okay. Okay. Ich wurde ausgebildet, jenens. Das war dein letzter Fehler. Das war dein letzter Fehler. Das war dein letzter Fehler. Mach dich fertig, fritz! Hey, GD-1! Du! Was ist das? Oh Mann ey Jetzt bitte Ich brauche Hilfe Irgendwas? Oh Yeah Es ging Hätte schlechter sein können Zum Beispiel sterben Das haben wir verhindert Das ist gut Das hat funktioniert Ich liebe Fähigkeiten Punkte Wir haben hier richtig nachts Wo muss man eigentlich hin? Wir haben hier ein paar Stellen Die wir so kennen War ich da schon mal drinnen? Wir müssen ja eh da oben hin Und jetzt kriegt er sich da gar nicht mehr ein Okay Ich würde sagen wir gehen da einfach mal raus Falls wir das neu hinkriegen Schauen wir mal drauf an Was da jetzt hier so spielmäßig gerade wieder von sich gibt So wie ihr seht Hat es mal wieder ein bisschen gehangen Aber ich lass mich jetzt nicht stören Ich weiß gerade auch gar nicht wo wir kinnie flogen können Ehrlich gesagt Ich hoffe wir sind hier irgendwo in der Nähe wo ich es gebrauchen könnte Ah ja da geradezu wollten wir da mal oben gucken Ah ja da geradezu wollten wir da mal oben gucken Guckt doch nicht sehr stabil gerade Ah jetzt gehts wieder Also manchmal gehts manchmal nicht Ja ich werde hier oben wenigstens mal Reingucken Na rein gucken Ich hab noch einen Klumpen gefunden Okay Ach er kriegt hier einfach wieder nichts hin Kannst du wieder keine Karte öffnen Jetzt wird das gleich wieder abschmieren Ich weiß noch nicht Ach das Spiel ist so schlecht ausbalanciert ne Oh ja hat's Irgendwas Den Rest hat sie gerade Weiß ich nicht Ich wollte eigentlich nur gucken was wir hier auch gleich machen können Ne Dann können wir noch nicht Da oben haben wir noch was ne Wollten wir da nicht auch machen Vielleicht gehts ja jetzt Geht einfach nicht Ich lass das einfach mal in der Karte Jetzt muss ich irgendwann ja mal einkriegen Weil ohne Karte wäre das natürlich richtig schlecht Und wir müssen ja irgendwie auch mal die Karte verwenden können Ich würde mal auch gerne wissen wo die Ressource hingeht ne Weil äh zu erkennen ist jetzt hier nicht dass irgendwie Das Spiel sagt Ey ich brauch jetzt 80% auf einmal Eine richtig krasse Action Okay was macht er jetzt Wieder zurück Ja Aber so schlimm Hat man halt auch noch nicht Wenn das Spiel natürlich denn so weiter geht Dann ist das äh Aus dem Kapitel bei dem ich sage okay Dann werden wir uns davon zurücknehmen Bis dann irgendwann mal ne Eine richtige Lösung gibt Weil das äh Kann ja auch nicht der Ernst sein Dass hier alles flüssig läuft Aber man kann die Karte nerven So Dann ... ... ... ... ... ... ... ... ja macht man da gehen oh ja den oh schlagen leben wahrscheinlich ja ja schaden verursacht scanner ist ausgefallen kein schöner kam ich fühl mich schwach bitte kein schöner kam so wir gehen da hinten mal hin ja irgendwo gab es ja noch schöne streifen ne ich weiß gar nicht ob ich jetzt nochmal die karte drücken darf das sind deine befehle glücklich bei der ausführung erwarte also ich weiß nicht ob man hier hin darf aber glaube hier ist ein bisschen cooler als woanders ich probiere mal kurz auf die karte zu gucken wenn nicht mehr liegt mich gleich wieder oh wir können auf die karte gucken das ist ja schon mal schön wir haben gar nicht mehr so viele meters vor uns also wenn wir jetzt hier runter gehen irgendwo wo ach hier unten da können wir denn durch das ist natürlich schön ok äh ok äh ok ok das aber wenn dann wollen wir ja auch ein bisschen cool sein aber ich weiß noch nicht so richtig ist ok ok ich glaube da oben hätte gehen müssen ja ok dann habe ich das ein bisschen ein bisschen übersehen wir speichern wir speichern auch mal er kennt ja mein glück ne naja es wird mal ganz schnell und dann äh geht das spiel wieder down hier ok ich bin bereit ok wollen auch immer jetzt sind wieder passiert hier scheint zu gehen scheint nicht zu gehen aber so schlimm hat man hätte ich noch nie keine ahnung was da jetzt schon wieder ist das macht ja auch gar keinen Spaß und so mit gesehen ist die entscheidung dann leicht dann so lange erst warten dass das spiel wirklich dann so Updates kriegt das ist eigentlich schade weil beim letzten Teil das haben sie ganz cool gemacht aber hier ist das natürlich so eine Sache der Unmöglichkeit ne so und jetzt haben wir hier irgendwo achso direkt hier direkt ah dann ist ja gut aber hier oben hin oder? nicht hier sondern hier oben lang naja komm mal her wer traut ihr da? bin mir gespannt ob die das kaputt kriegen ja ich würde jetzt nicht sagen Schisser oder so aber also zu mir ne äh okay ah jetzt wo du spielst alle anderen spieler auf high end ne und äh die spieler hatte richtig ähm schöne Probleme ihr guckt doch mal auf die Uhr der tastet sich hier einmählich nach vorne ich überlege heute ob ich zum Abendbrot ein Kloß oder zwei Klöße esse ich weiß es noch nicht ah jetzt sind wir endlich durch gut tja da wären wir oh und da hinten leuchtet doch irgendwas uh ich sehe dich komme zu dir hast es geschafft hat man dich gesehen? mich? Unsinn womit haben wir es zu tun? siehst du den Droiden irgendwo? ja wie soll ich den denn von hier sehen? irgendein Wartungsgerüst könnte ein Zugang sein eine bessere Option sehe ich nicht okay sondieren wir den Weg hinüber zum Luca Halk geht's durch diesen Sumpf für dich vielleicht willst du mitfahren BD? wenn du bereit bist mach dich zum Gerüst auf ich pass auf verstanden so bleiben wenigstens die Stiefel sauber was? ja aber sehen tut man den ja dann trotzdem irgendwie ne? also wir nehmen anscheinend den da drüben jetzt müssen wir nur noch sie retten naja nur noch wir finden den Optimist äh Opti naja ihr wisst schon Optimismus Zauberhaft so so wieder vor uns ist schon mal eine Thermoquelle kaum vorstellbar dass irgendwas in diesem Sumpf leben kann mit dem genug Viecher ich glaube unser Freund hier kann zurecht Er möchte festhalten. Siehst du das Gebäude, Kumpel? Sieht aus, als wohnt hier jemand. Oder mal gewohnt hat. Sehen wir uns das mal an. Auf keinen Fall. Mein ganzes Leben ist auf diesem Datenpad. Kel, was machst du hier draußen? Ich könnte dich dasselbe fragen, Sig. Ich bin hier auf der Suche nach Sie. Ja, ich auch. Ahem, und ich bin Winnie Eris. Kel, richtig? Wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber ich könnte etwas Unterstützung gebrauchen. Wir haben uns noch gar nicht kennengelernt. Was brauchst du? Ich habe gehört, im Sumpf gäbe es einen Vogel mit einem prächtigen Federkleid. Aber als ich mir ein Exemplar näher ansehen wollte, schnappte es sich mein Datenpad und flog weg. Wo ist er hin? Sie haben ein Nest auf einer Felsnadel in der Nähe. Ich würde gehen, aber Winnie sagt, ich muss bei ihr bleiben. Ja, auf dieser Nadel. So nah und doch so fern. Ich werde tun, was ich kann. Du leuchtest wie die Sterne. Das ist eine Redensart von Coruscant. Einfacher gesagt, danke Kel. Aha. Du alter Schleimer, du. So, wir machen das mal raus. Ich muss auch gucken. Oh. Das kann ich nicht bewegen. Ich kann das nicht bewegen, aber es gibt doch keinen anderen Weg hinauf auf die Säule. Oh nein. Vorwärts. Okay, warten. Das fern so viel. Okay. Hä? Wieso? Was willst du denn ständig? Ach, da hast du es gern. Ah, schon schöne Gegend, ey. Das können wir denn tatsächlich später mal bewegen. Und, was hast du gefunden? Okay. Vielleicht kommen wir da hinten hin. Ah. Gehen wir hier ran? Okay. ich weiß ja nicht wo ich bin okay viel zu weit schon warst du schon mal auf einem so großen schiff kumpel ich weiß nicht ob ich überhaupt bock habe da oben ja da habt ihr jetzt in die mitte kriege bin da runter gefallen und wieder so gesehen zurück und der weg ist ja denn da ja eigentlich denn dahin wo die story weitergeht und war ja jetzt noch gar nicht so gucken sondern mehr so hier ein speicherort der vielleicht ein bisschen interessanter ist wir müssen ja irgendwie von hier mal da oben gibt es ein türmchen da kommen wir ja gar nicht rauf dass wir hier irgendwie rauf gucken wir uns mal um hier wie könnte es denn hier so weitergehen weiß ja nicht ob wir flyer die karte benutzen können was ist es deiner meinung nach wert nichts ist es wert die raiders zu hintergehen und jetzt verzieh dich so und ist ja die eigentliche rampe war irgendwie kann man nirgendwo hin wie komme ich denn da ja er zeigt nichts an außer den eigentlichen weg ist ja jetzt nicht so schlimm ich dachte da kann man da irgendwie auch nirgendwo rüber ich kann natürlich gucken weil hier das sieht ja nicht aus wie ein matsch oder oder ok dann kommen wir da nicht hin machen wir doch den eigentlichen weg da haben wir dann wahrscheinlich gar nichts verpasst und dann geht es denn da nach oben halt schauen wir uns dann mal gleich um in dieserweise gibt es jetzt hier wenn ich besser ach wer weiß etwas Ja So muss es auch gehen, also 10-8 probieren wir jetzt den zurück hier. Ja, das ist unser Rückweg, das schon mal gut, wir haben uns irgendwas zum Speichern und abrinnen hier, wir wissen ja nicht ob wir hier unbedingt rein wollen, aber Da bist du ja, bereit einen etwas exzentrischen Druiden aus der Hohen Republik zu befreien? Oh ja Ja, und du? Ich bin hier, oder nicht? Das stimmt, aber das Ganze in der nächsten, aber ich will natürlich hier Fähigkeiten einsetzen, weil wir haben ja nämlich noch ein paar, wir haben ja überlegen, aber da haben wir nur noch einen. Hier acht Fähigkeiten, Doppelklinge, zwei Schwerter und das wird nämlich hier Abstand ziehen, ne? Halt gedrückt und dann den anzugreifen und nach hinten zu springen, um Distanz... Ah! Ja! Und mit denen kämpfe ich ja auch ganz gerne. Okay. Das ist ganz gut. Es hat ja hier konzentriertes Purieren für einen Birbel aus, wenn du F loslässt. Ah ja! Das ist wirklich ganz gut. So. Wer macht ja den hier? Und wenn ich loslasse... Ja, das ist wesentlich besser, als den einfach nicht zu machen. So, und dann haben wir den hier präzises Freigeben. Achso, ich habe nur noch einen Punkt, aber die kosten alle mehr. Ja. Gut, dann lassen wir das so. So, freue ich mich schon auf nächstes Mal. Ich hoffe, ich kriege das jetzt, liefert irgendwie. Also beim nächsten Mal ein bisschen besser läuft, ne? Bis dahin wünsche ich euch eine Wart. Schönen Tag.